Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu meinem allerersten Fashion Haul. Ich habe einige Shorts gemacht auf YouTube und die Rückmeldungen von euch waren einfach nur fantastisch. Ihr mochtet meinen Style, wie ich es kombiniert habe. Und heute bin ich ganz stolz zu sagen, ich habe eine Kooperation mit LilySilk. LilySilk ist eine hochwertige Seidenmarke und LilySilk hat einfach wunderschöne Sachen. Ich habe schon mal ein Video gemacht mit einer Freundin, sie ist Maßschneiderin. In dem Video haben wir erklärt, wie man die Seide pflegt, denn es ist eine tolle Anschaffung und sie hält ein Leben lang, wenn du es richtig pflegst. Aber jetzt kommen wir sofort zu meinen Lieblingsteilen und zu den Kombinationsmöglichkeiten. Ich starte jetzt hier mit diesem wunderschönen Cashmere Twinset. Du kannst es tragen mit einem Pullover drunter oder einfach einzeln. Aber ich zeige euch, wie man dieses tolle Strickjäckchen kombiniert. Es erscheint erst einmal sehr klassisch schick, aber in den Kombinationen mit Jeans, mit Leder oder mit Seide sieht es toll aus und ihr könnt es das ganze Jahr übertragen. Seide und Cashmere sind sowieso Teile, die du wirklich das ganze Jahr tragen kannst. Einmal im Winter wärmt es dich, im Sommer kühlt die Seide und das Cashmere-Jäckchen kannst du dir immer auch, wenn du im Sommerurlaub bist, einmal umlegen oder wenn es abends ein bisschen kühler wird, einfach nochmal drüberziehen und du bist immer perfekt angezogen. Ich starte jetzt einmal mit der ersten Kombination. Ich habe hier eine wunderschöne schwarze Seidenhose. Die habe ich in einem anderen Video auch schon mal getragen und es war ein Pferderennen und ich habe sie hier mit der Kombination getragen, mit dem Oberteil, was ich jetzt habe. Man kann das richtig schick tragen, indem man also jetzt das vielleicht so ein bisschen stylischer macht, aber wenn man die Kombination mit der schwarzen Hose hat, ist es natürlich sehr schick. Und du kannst überall mit hingehen, kannst dich überall sehen lassen. Meine erste Kombination habe ich getragen mit meinen Lieblingsschuhen. Ich zeige sie euch gerade mal. Und zwar sind das super schicke Schuhe. Du kannst diese Kombination zum Beispiel zu einer Hochzeit tragen oder wenn du eine besonders tolle Einladung hast, zu einem runden Geburtstag oder gehst ein ganz schickes Hotel und hast also ein wunderschönes Abendessen. Da passt es ganz toll. In dem Video präsentiere ich euch, wie gesagt, diese tolle Hose, die sich unheimlich geschmeidig auf der Haut anfühlt. Sie hat einen wunderschönen Glanz und ihr könnt sie mit flachen oder mit hohen Schuhen tragen. Ich habe es im Video jetzt getragen mit meinen Lieblingsschuhen. Sie sind hoch. Ich habe schöne Accessoires benutzt, habe einen schönen Gürtel dazu getragen, habe diese Jacke eben einmal geschlossen oder auch einmal geöffnet und habe also so für mich festgestellt, es ist eine super tolle Kombination, wenn ich mal wirklich was Schickes brauche, das aber jetzt nicht so übertrieben ist. Es ist eine tolle klassische Kombination und ich liebe das einfach und habe sie total gerne getragen. Meine zweite Kombination, ein bisschen cooler und zwar mit einer Lederhose. Ich habe jetzt für euch eine Lederhose ausgewählt, die einen ganz anderen Schnitt hat. Sie ist nicht zu eng, sie ist sehr modern, sie ist oben so ein bisschen geraff und ihr könnt sie ganz cool auch mit einem T-Shirt tragen. Und über das T-Shirt habe ich mir dann diese Kaschmi-Jacke gegeben und die habe ich dann so getragen und sie fühlt sich so unglaublich schön an, also an den Armen, wenn man da so rüber geht. Sie ist so seidig weich und das Ganze sieht super cool aus. Du kannst auch hingehen und kannst die abends anziehen und abends habe ich sie jetzt getragen mit diesen sehr, sehr hohen stylischen Glitzerschuhen und ich mochte das sehr gerne und war unterwegs und habe gedacht, Mensch, coole Kombination, aber du kommst überall rein, du kannst sie überall sehen lassen, weil einfach diese schicke Jacke, die macht es einfach aus. Und ja, ich war selbst überrascht, wie viele Kombinationsmöglichkeiten es einmal gibt. Es ist 100% Seide. Ich bin viel in Düsseldorf unterwegs, da gibt es sehr viele schicke und sehr, sehr teure Geschäfte auf der Köl. Ich bewundere das immer und bin dann aber auch, wo ich so denke, mein Gott, 300, 400 Euro für eine Kaschmir-Jacke. Und diese Jacke, muss ich ganz ehrlich sagen, hat so ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch 100% Kaschmir und auch diese tollen Knöpfe sehen super edel aus. Und ja, ihr werdet jetzt aber sehen, wie man das Ganze jetzt zum Beispiel auch auf einem Kleid tragen kann. Ich habe jetzt hier noch ein Kleid für euch. Das ist so ein bisschen unterlegt und ist nudefarben unterlegt und dann kommt die Spitze einfach hier schöner raus. Das Kleid geht bis an die Knie, denn das ist auch immer so eine Sache in unserem Alter. Also ich mag die Kleider persönlich jetzt nicht mehr ganz so kurz. Also sie können schön am Körper anschmiegen, aber ich mag es halt jetzt nicht mehr, wenn man an den Knien das zu kurz hat. Und ja, das ist halt auch eine ganz, ganz elegante Kombination, die man zum Beispiel auch wieder schick zu einem Fest anziehen kann. Man ist immer gut angezogen. Wenn es warm ist, dann kann man eben das Kleid tragen, ja, sitzt ein bisschen in der Sonne. Wenn es abends kühler wird oder wenn es zum Beispiel eine Hochzeit ist, es geht in die Kirche rein oder so und dann dreht man ja lieber besser ein bisschen was am Arm, dann könnt ihr das Ganze also wunderbar hier mit der Jacke tragen. Die kann dann auch leicht geöffnet sein. Ihr könnt zum Beispiel, um es so ein bisschen frischer, auch jugendlicher und flotter zu tragen, auch die Ärmel schön hochziehen. Das hatte ich also eben auch in der Kombination mit der Lederhose. Es ist ein bisschen cooler, wenn dann halt der Arm hier nicht ganz abschließt. Das ist halt immer klassisch. Ansonsten ist es so ein bisschen stylischer, wenn ihr das auch hochzieht, so ein bisschen die Knöchel freilegt. Das ist also immer ein, ja, eine besondere, es macht immer ein bisschen jugendlicher. Also jugendlicher macht zum Beispiel, wenn man die Fesseln sieht und wenn man also hier das Handgelenk sieht. Deshalb shoppt immer gerne mal und tragt es so ein bisschen kürzer. Und dann hatte ich gedacht, jetzt nimmst du das Jäckchen mal mit zum Stadtbummeln und da habe ich es auch ganz cool gestylt. Ich habe hier eine weiße Bluse, die ist etwas länger, die geht so in den halben Oberschenkel und habe dann diese Kaschmirjacke einmal über diese weiße Bluse getragen. Im Video zeige ich euch, wie cool das auch ist und wie wohl ich mich gefühlt habe, als ich unterwegs war. Denn es ist wirklich erstmal von der Jahreszeiten-Allrounder und einfach diese Jacke passt. Ihr seht das auf alles. Ich habe jetzt hier die Jeans dazu kombiniert. Das ist eine ganz, ganz lässige, klassische Jeans. Ihr könnt es also in der helleren Waschung tragen, ihr könnt es in der dunkleren Waschung tragen. Ihr könnt natürlich das Jäckchen auch zu einer schwarzen Jeans tragen. Das funktioniert auch super gut. Und ich fand es sehr lässig, dass ich also zum Beispiel das Jäckchen so ein bisschen hochgezogen habe und habe also hier die Manschette ein bisschen rausschauen lassen, habe es ein bisschen höher gezogen. Und das Hemd eben einmal raus, die Knöpfe zu und ich fand mich irgendwie richtig gut und habe mich super wohl gefühlt. Ja, man kann es stylen mit Accessoires. Auch wie immer schön, wenn man dann noch vielleicht so eine kleine, tolle Tasche dazu hat. Oder man kann auch, ja, das schräg über die Schulter tragen. Man kann es mit Turnschuhen tragen. Also zum Beispiel zeige ich euch hier mal die Kombination. Wenn man jetzt hier noch so einen Sneaker hat. Der Sneaker kann natürlich auch in schwarz sein. Der kann in weiß sein. Ja, ihr könnt einen Stilbruch machen. Das ist einfach irgendwie was, was du immer, ja, wenn du schick unterwegs bist, ja, in der Stadt zum Beispiel. Oder du fährst in Urlaub und möchtest trotzdem in der Stadt schick sein. Aber du hast den ganzen Weg zurückzulaufen und, ja, musst dann einfach, machst einen Stadtbummel, möchtest dir in den Museen viele Sachen anschauen. Dann sind natürlich die Sneaker besser. Aber trotzdem möchtest du als Frau in unserem Alter immer irgendwie ein bisschen stylisch und schick sein. Und das ist, wie gesagt, absolute Allrounder. Ich liebe es und, ja, möchte nicht mehr drauf verzichten. So, dann geht es weiter. Ich habe hier aus Maulbeerseide noch einen Wasserfallausschnitt. Das Ganze kannst du auch wieder lässig kombinieren. Ihr seht, also das kann man auch super gut auf so eine Marlenehose tragen. Also auf so eine Hose mit Schlag, so ein bisschen weiter. Ihr könnt es in der Mitte mit dem Gürtel ein bisschen betonen. Und ihr seht das. Es ist federleicht. Es fühlt sich super schön auf der Haut an. Es kühlt im Sommer. Und, ja, wenn ihr das einmal hier so seht, ja, leider könnt ihr es nicht fühlen, wie wunderschön sich das anfühlt. Aber ihr seht einfach auch die Farbe alleine. Ich liebe diese Farbe. Zona Jeans wieder. Ich zeige die Kombination einfach nochmal. Passte das super schön. Also ihr seid im Prinzip so casual. Kann man auch toll ins Büro tragen zum Beispiel. Wenn ihr einfach zur Arbeit etwas sucht, wo ihr dann vielleicht abends auch nochmal ausgehen möchtet. Das könnt ihr dann tagsüber mit Sneaker tragen. Und dann nehmt ihr euch einfach mit ins Büro ein paar höhere Schuhe. Und habt schon für die Verabredung mit der Freundin, seid ihr schon tiptop angezogen, wenn ihr nicht mehr die Möglichkeit habt, nach Hause zu kommen. Oder ihr habt eine Dienstbesprechung. Da seid ihr immer tiptop angezogen, aber auch nicht so drüber. Oder ihr könnt es natürlich auch dann mit einem Anzug tragen. Also ich zeige euch nochmal die Kombination hier zum Beispiel mit einer schönen Anzugjacke. Ihr könnt das als Kombination tragen. Natürlich auch die Jeans drunter. Oder ihr könnt eine weiße oder beige Hose drunter anziehen, dass ihr eine ganze Anzugkombination habt. Und was mir da besonders gut gefallen hat, wenn ihr einen Anzug drüber tragt, es sieht in der Mitte aus wie ein Schalen. Das heißt also, das kommt hier nochmal so richtig toll raus durch diesen Wasserfallausschnitt. Zeigt es jetzt mal hier. Fällt es super schön, dass es so eine Maserung hat, das aussieht, als hättet ihr euch da so ein Tuch reingesteckt. Und auch mal so ganz lässig mit einer Jeans zum Beispiel. Auch super schön. Also es sind alles Teile, die ihr rundum tragen könnt, wo ihr so vielfältige Kombinationsmöglichkeiten habt. Unglaublich schön. Ja, überhaupt die Maulbeerseide ist die hochwertigste Seide. Hier kann man das auch nochmal sehen. Ich zeige euch mal, aus einem anderen Video habe ich schon mal diese Bluse in blau gehabt. Das ist die gleiche Bluse. Die hat eine verdeckte Knopfleiste, also man sieht die Knöpfe nicht. Das ist die, die ich rauf und runter trage, auch mit Jeans. Und ihr seht jetzt einmal den Unterschied, ja, obwohl die schon mindestens 15 Mal gewaschen ist, mindestens, ja. Seht ihr, das ist die ganz, ganz neue Bluse, dass sie dem kaum in etwas nachsteht. Also die ist vielleicht jetzt beim Waschen minimal heller geworden, aber das hat mich jetzt nicht gestört. Aber dieser Glanz und diese Geschmeidigkeit und dieses Edle ist immer noch genauso vorhanden nach mehrmaligem Waschen. Da zeige ich euch auch noch eine schöne Kombination. Das habe ich jetzt mit diesem Seidenrock getragen. Der ist auch super schick. Das ist wieder was für eine Hochzeit. Man möchte dann auch als Gast immer wieder unheimlich schick sein, aber, ja, trotzdem elegant und edel. Und in unserem Alter, muss ich sagen, sind das wirklich Teile, die ihr, ja, einfach toll tragen könnt. Also jetzt auch zum Beispiel dieser Rock, ne, ihr seht das jetzt hier unten, zum Beispiel mit den Schuhen, ich halte das mal so ein bisschen an, ne, kann man mit Mules tragen, das sieht dann auch immer super schick aus und kann auch ein bisschen lässig gemacht werden. So ein Rock könnt ihr auch ganz toll mit einer Jeansbluse oder einer Jeansjacke tragen. Dann gradet ihr das einmal ab oder ihr, ja, ihr macht es ein bisschen schlichter, macht es ein bisschen sportlicher. Aber ihr könnt einfach nichts falsch machen mit diesen Sachen. Also super schön fand ich auch diese Bluse dazu. Das ist ein Champagnerton, der eure Haut unglaublich schön schmeichelt. Ihr könnt das mit Nude-Lippenstiften tragen. Ich habe heute mal so ein bisschen roten Lippenstift aufgetragen. Also selbst auch das funktioniert super schön. Die Arme können auch ein bisschen geschockt werden, ein bisschen hochgetragen. Und schaut euch mal an, also auch wie super schön das verarbeitet ist. Ich gehe mal jetzt auch ein bisschen näher und muss sagen, also auch das Ganze von den Bündchen, sehr, sehr edel. Und ja, es fällt einfach auch so toll. Schaut euch das mal an, was das also so für eine Geschmeidigkeit hat. Es ist wirklich schön. Die kann auch wieder mit Jeans getragen werden, mit einer beigen Hose, mit einer schwarzen Hose, mit einer weißen Hose, mit dem Rock in Kombination mit einem Anzug. Oder auch eine ganz schicke, cognacfarbene oder beige Anzughose. Auch super schick, ne? Ihr könnt das Ganze auffetten. Es hat eine schlichte Eleganz. Ihr könnt dazu dann einfach auch tolle Gürtel tragen. Ja, und dann kommen wir nochmal, was trage ich denn da drunter? Also ich habe jetzt dann überlegt, denke, du kannst dich jetzt nicht hier mit dem BH zeigen, aber ich habe so eine ganz schnelle Kombination. Ich blende es kurz mal ein, wie ich das drunter trage. Denn hier gibt es auch ganz, ganz toll ein Seidenbeherr. 95% Seide und auch Elastan. Also ihr seht, ich nehme das jetzt gerade mal runter. Wie das Ganze, das ist also für jede, ich gehe mal gerade hier so hin, zeige euch das mal. Das ist für jede Größe geeignet. Es gibt verschiedene Cups, die man wechseln kann. Hier vorne könnt ihr das rausnehmen. Ich habe jetzt einmal hier, ich hoffe, ich kann euch das jetzt richtig zeigen. Die eine Seite hat so einen etwas verstärkten Cup. Wenn ihr ein bisschen weniger Busenvolumen habt, dann habt ihr so einen leichten Push-Up hier noch drin. Hier habt ihr den, ja, etwas schmaleren, kleineren, wenn ihr einen etwas größeren Busen habt, dass ihr das dann jetzt nicht noch so auftragt, sondern nur diesen Cup habt. Es ist eine wunderschöne Farbe. Ihr könnt es drunter tragen. Es ist absolut unsichtbar. Das ist nämlich auch immer. Wir müssen in unserem Alter auch ein bisschen aufpassen, weil das habe ich dann auch schon mal hier. Wenn ich einen BH trage, der vielleicht so ein bisschen enger ist, dann habe ich das Problem, dass mir das an den Seiten so ein bisschen rauskommt. Und damit passiert dir das tatsächlich nicht. Also es sieht ähnlich aus von der Optik wie die Sport-BHs. Und bei vielen von uns, ich habe jetzt letztens mit einer Freundin gesprochen, die sagte, ich kann das gar nicht mehr so gut haben, diese Bügel unterhalb von den Busen. Das stört mich irgendwie und das tut mir auch weh und ich finde es unangenehm. Aber wir können ja auch nicht mehr ohne BH gehen. Also von daher, das ist also wirklich top. Da gibt es auch das passende Höschen dazu. Das zeige ich jetzt hier auch mal. Gibt es in verschiedenen Größen. Und ich muss sagen, also das ist auch wirklich super schön. Ist ein bisschen höher geschnitten. Dass unser Bäuchlein, was wir natürlich auch alle irgendwo ein bisschen haben, in dem Alter ein bisschen abgedeckt ist. Da es seamless ist, kannst du es auch überall drunter tragen. Also du brauchst jetzt nicht unbedingt ein String oder so. Und es hat also hier auch die Kombination. Ich muss zu den Größen nochmal sagen. Man ist ja immer unsicher, wenn man sich was schicken lässt. Also die Größen passten 100%. Ich liege so zwischen einem S und einem M. Und habe die Sachen sogar alle in S bestellt. Und die passten wie angegossen. Also jetzt auch die Bluse hier wieder wie angegossen. Und eins möchte ich euch noch mit auf den Weg geben. Und zwar, ihr wisst, ich bin ja auch immer unterwegs mit den Haaren. Und mir ist es immer wichtig, dass die Haare schön sind. Dass die seidig glänzen. Und da gibt es dieses Kissen. Und das möchte ich nicht mehr missen. Also ich habe es vorhin noch nie probiert. Ob es wirklich so ist, dass Seide dein Haar geschmeidiger macht. Und dass die Haut, wenn du morgens aufstehst, nicht so zerknittert ist. Aber das ist wirklich so. Also ich muss sagen, ich lege mich hier abends drauf. Und ja, das ist einfach so schön. Das ist so ein luxuriöses Gefühl. Und das Haar, das seht ihr zum Beispiel heute Morgen. Das glänzt unheimlich schön. Und es ist richtig schön geschmeidig und glatt. Und ja, ich musste es noch nicht mal groß waschen und bearbeiten. Also es ist einfach, du stehst auf, du bist einfach nicht so zerknittert. Und das spielt uns natürlich sehr in die Karten. Ist wunderschön elegant. Ihr könnt mal auf der Seite schauen. Es gibt ganz, ganz viele Kombinationen. Und ja, bei meiner Hochzeit war es so, ich durfte mir etwas aussuchen. Und habe mich dann entschieden, auf diesem Hochzeitstisch auch eine Kombination aus Seide zu legen. Und ich dachte mir, ach ja, so frisch verheiratet ist ja dann schon schön, wenn man dann vielleicht mal in sowas Edlem auch schläft. Und ich muss sagen, ich habe heute noch, und es ist schon einige Jahre her, noch diese Seitenkombination, weil ich sie einfach gut pflege. Und das ist das, was meine Freundin mir auch sagt. Wenn du es richtig wächst, wenn du es richtig behandelst, dann hast du ein Leben lang. Und ich schlafe wunderbar da drin. Und es ist einfach echt sehr, sehr schön. Und es sieht edel aus, gibt es in verschiedenen Farben. Und ihr habt gesehen, das Ganze ist auf 40, auf 80. Ganz normale Kissengröße. Ist wunderbar. Ja, und ich muss sagen, was ich auch toll fand, wie das einfach ankommt. Es ist so, so schön, ja, wenn ihr vielleicht zum Teil, ich sage jetzt mal zum Beispiel, ja, die liegen so um die 100 Euro ungefähr. Wenn sowas ankommt, ist es auch ein wunderschönes Geschenk. Wenn ihr eine Freundin habt oder die Männer hier unter uns, also wenn ihr eurer Frau mal eine Freude machen möchtet, ja, und so ein Geschenk mit einer Seidenbluse kommt an, die habt ihr da liegen, ich sage es euch. Dann ist es wirklich so, jede Frau, ja, die ist einfach, stellt euch vor, oder auch, wie gesagt, der BH, ne, hallo Männer, ne, also sowas Schönes dann eben zu verschenken, finde ich auch wunderschön. Ja, und wen das jetzt noch interessiert, wie man das Ganze wäscht, wie man es langlebig macht, was Seide überhaupt für Kombinationen hat, wie Seide hergestellt wird, wie Seide, ja, Seide überhaupt, wie die Seidenfäden, wie das funktioniert. Ich habe euch ein ganz, ganz tolles Video mit meiner Freundin gemacht, habe ich euch hier oben verlinkt. Und schaut mal rein, und ja, Lillysilk hat, wie gesagt, 20% im Moment. Lillysilk hat ein Jubiläum vom 8. bis zum 12. September. Und ihr könnt 20% auf die ganzen Sachen bekommen, also schaut euch das mal an, das lohnt sich wirklich. Und wer sich jetzt noch nicht entscheiden kann, hat die ganze Zeit die Möglichkeit, es gibt auch einen Rabattcode, den habe ich natürlich für euch, dunja12, und dann könnt ihr das Ganze ja übereinkaufen, auch für die, die sich später entscheiden. Aber ich glaube, dass ich euch wirklich Lust gemacht habe, auf Seide, denn ich kann nur sagen, du fühlst dich wunderschön an, es fühlt sich, es ist unglaublich schön. Und ich möchte einfach, dass ihr dieses Gefühl auch mal erleben könnt. Bis dann, ihr Lieben, es hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr mir zugeschaut habt. Und ich hoffe, mein erster Fashion Haul hat euch gefallen. Bis dann. Ciao.